Gott, gib mir Brake! Das ist nicht euer Scheißernst, oder? Das heisst jetzt schon, dass ich sie nicht besiegen kann. Besiegen werde. Einfach so lange wie möglich irgendwie... Wow. Ich wollte sagen, einfach mal so lange wie nötig... ...bekämpfen. Nein, nicht hier! Nein, nicht hier! Nein, nicht hier! Das ist nicht hier! Das ist nicht hier! Ja, wir müssen einfach nur wissen, wo die Gegners sind! Wow! Da! Ja! Ja! Danke! Ja! 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 Sagen wir bitte nicht, dass ich hier jetzt... ...das alles noch besiegen muss! Zehn Schichten gleich mit so einem Low! Also, ne! Das könnt ihr nicht bringen! Das... Das können die nicht bringen! Das wäre so bescheuert! Danke, Donald! Oh Gott! Wo ist der Rest? Wo kann ich eigentlich anvisieren? Da. Ah! 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 Geht doch! Wiedergelehrten Bente-Blockade! Das war's also fürs Erste! Das war's also fürs Erste. Pense? When have we ever seen a tornado of shadowy blobs before? It's not weird! This is underprecedented! Hmm, I guess it is. The creatures from the last time were bright white. These things must be new. Man, I can't wait to get to sleuthing. We're already done with the school project, silly. Whatever's going on, you wouldn't be here unless you had a good reason. Which is? Well, actually, we're looking for Roxas. Roxas? That's funny. I don't know any Roxas, but the name sounds familiar. Maybe we bumped into him somewhere. That's one way to put it. Actually, he might have been friends with another version of you. This photograph. Yeah. We've got the same one. Oh, yeah. The other Twilight Town. It's like one of those spot the differences puzzles. Except really easy. I guess in that town, we're friends with this Roxas person. Sora, let us help you track Roxas down. Really? Sure, he seems like a pretty cool guy. Yeah. He is. Great. Then let's all go ask around town. If alternate us knew Roxas, then maybe alternate other folks did too. Mm-hmm. Sora, you three should go to the place in the photo. It's the old mansion. The three of us will cover places in town. Thanks. Oh, yeah. I got this phone thingy that takes pictures. Heh. Wanna snap a photo while we're all here? Sure. That's a great idea. Haha. Haha. Gah! Hm? Wait. Who's taking it? Oh. Hmm. Why do I have to do it? Hey. Tough luck. You drew the short straw. It's okay. I'm sitting out of the photo with you, Donald. Then you take the photograph. Hmm. Hmm. Everybody smile. Yep. Wow. That came out great. Oh. A lucky emblem. Lucky emblem? Oh, yeah. They are huge right now. Supposedly, these things are hidden all over town. And if you get a picture of them, they'll bring you good luck. Cool. Wait. Look, guys. Is that...? You're right. I see it too. I knew it. Good luck. Because they're not all this easy to find. Okay. We better start asking around. You start by checking out the old mansion. We'll catch up. Got it. Man, I want to speichern. Verdammte Scheisse. Drücke das Touchpad, um deine Gummifon Kamera hervor zu holen. Die Fotos werden in deinem Fotoalbum gespeichert, zu dem du gelangst, indem du das Hauptmenü öffnest und Gummifon Fotoalbum auswählst. Du kannst bis zu 200 Fotos speichern. Wähle Spielhilfe im Hauptmenü aus, wenn du mehr über die Kamerastörung erfahren möchtest. In einer Speicherdatei können zwischen 20 bis 200 Fotos gespeichert werden, abhängig davon, wie viele Fotos in anderen Speicherdateien gespeichert sind. Möchtest du mehr Fotos speichern, kannst du Fotos also mal um andere Speicherstände löschen, um Platz zu schaffen. Glücksembleme. Das Gummifon registriert automatisch alle Glücksembleme und andere beachtenswerte Objekte, die sich gerade im Bild befinden und setzt sich mittels seiner entsprechenden Anzeige darüber in Kenntnis. Die Anzeige färbt sich gelb, wenn du die Kamera in die richtige Richtung ausrichtest und auf die korrekte Empfehlung einstellst. Sind die Richtungen oder die Empfehlung falsch gewählt, ist die Anzeige rot. Zusätzlich erscheint unten rechts ein Symbol, das dir verrät, dass das Gummifon gerade registriert. So, jetzt hat es Leute hier, aber verdammt nochmal, ich will eigentlich nur speichern. Als ob das so schwer ist. Nur speichern. Wo haben wir hier einen Speicher? Ah, da ist ja einer. Okay, muss nicht weiter suchen. Zuerst mal zum Laden. Ah, so haben wir Kampfhammer und Uhrwerksschild. Wähl das Item, das du kaufen möchtest. Ja, kauf mir doch einmal. Kauf mir doch einmal. Kauf mir doch einmal. Und den Rest lassen wir mal. Schlüsselschwertverstärkung. Wenn du dich in der Schmiede befindest, kannst du Schmiedematerial auch dazu benutzen, deine Schlüsselschwert zu verstärken, also ihr Wert für Angriff und Magie zu erhöhen und neue Fertigkeiten freizuschalten. Wenn dich die Gegner in bestimmten Gebieten vor grössere Probleme stellen, ist das Verstärken deines Schlüsselschwerts vielleicht die Lösung dieser Probleme. Fotomission. So kreativ die Mogers auch sein mögen. Manchmal brauchen sie selbst, siehe, ein wenig externe Inspiration, um neue Ideen aus dem Bommel zu schütteln. Bereise die Welten und bringe den Mogers Fotos von den Motiven, von denen sie dir erzählen, und halte dafür brandneue Schmiederezepte. Freudensplitter. Freudentropfen. Den Fokustrank kann man schmieden. Den Fertigkeitring Plus kann man schmieden. Mach ich doch gleich mal. So. Dann noch einen Mithril Tropfen. Dann haben wir es auch mal. Einfach alles mal geschmiedet. Dann wäre es das Fokustrank. So. Ohne Topfhandschuhe geht bei dem Nichtskuppo. Ein Foto eines Flammenkerns. Eines Wasserkerns. Okay, okay. Untersuchen. Wirf die Postkarten ein, die du beim Einkaufen im Mogelladen erhältst, um einen tollen Preis zu erhalten. Glaub uns, es lohnt sich, Kupo. Okay, ich habe aber noch keine. Wow, da gibt es viele Leute. Ha, interessant. Naja, wenn wir schon dabei sind, kann ich auch noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Bis wir hier was absuchen. Und dann beim nächsten Mal weitermachen. Okay, was ist das denn? Butter! Das ist so komisch, sie einfach alle labern zu hören. Die alte Kante? Das ist so komisch. Du gehst einfach durch die Kante. Und dann ist es eine kurze Runde durch die Wurze. Okay. Noch ein bisschen. Wow! Wow, interessant. Skateboarding ist out. Ja, das scheint so zu sein. Interessant. Ja, da gibt es einiges, was man hier suchen kann. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, da findet man viele Sachen. Butter. Butter. Noch eine Truhe. Bin ich gern mit. High Potion. Komischerweise kann ich da nicht drauf. Lustig. Da war ich. Es ist wirklich komisch hier, dieses Parkour Dingens. Ja, mittlerweile scheint Skateboarding tatsächlich out zu sein. So. Machen so viel kaputt, wie es nur geht. Vielleicht findet man ja was. Ja, das ist ein silent Film. Aber die Musik schon ist fertig. Äh. Okay. Okay. Nö, muss nicht sein. Obwohl. Ach, scheiß drauf. Okay. Ja. Mickey und Sora. Lol. Du hast dein erstes Glückseinblein fotografiert. F-Bad-Plus erhalten. Cool. Interessant. So, das habe ich offenbar schon mal getroffen hier. Ein Opfel. Da noch eine Truhe. Niedrigsplitter. Oh, das gibt's auch noch was. Okay. Das Traum ist so cool. Die Retrospektive nächste Woche wird bestimmt super. Meine Güte. Es ist gross hier. Es sieht noch genau so aus wie beim letzten Mal, nur halt sehr viel moderner. So, gibt's noch was? Ja. Ja. Also, so langsam muss ich da auch schon sagen, jetzt... Wow. Pick, trick and truck. We've got the best selection in town. Guaranteed. How much longer do I have to stay out here and sweep? You wanna see our new gummi blocks? Jetzt verkaufen sie Gummisteine. Okay. Okay. Falcon and Invincible. Triofeuer. Interessant. Ja, kaufe mir doch auch mal die Pläne hier. Triofeuer. Triofeuer. Nullsticker. Blablabla. Hundgummi. Erhöht die TP und steigert die Feuerkraft. Aber er zieht die Manövrierfähigkeit... What the fuck? Was für ein Spiel spiele ich da? Ja. So, egal. Jetzt auf jeden Fall muss mal gespeichert werden. Reden. Na, irgendwo hier war ja noch ein Emblem. Das kann ich jetzt schon noch fotografieren. Cheese. Okay. Oh boy! Let's fight some more! Und damit haben wir jetzt wirklich mal genug geschafft für heute. Wir speichern jetzt mal ab und... Wir sehen, wir haben seit... Eineinhalb Stunden nicht gespeichert. Wow! Das ging lange. Das Spiel hat mich jetzt wirklich lange, lange, lange beschäftigt. Viel länger als gedacht. Gut. Aber damit habe ich für heute die Aufnahme beendet. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spass. Und tschüss.